Hallo, herzlich willkommen zur 111. Hobbit-Folge. Nein, zur 111. Folge Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt mit mir, dem Max. Und dem Christian. Und auch heute wieder große Lust an schnelle Thesen, jede Menge gefährliches Halbwissen und echte Kinosaal-Atmosphäre, denn der Film ist gerade vorbei. Wir hatten wieder das Glück, dass du Filme vorführen kannst, die dir gefallen und du bringst sie sozusagen vor. Aber immer wieder erstaunlich jungfräulich im Publikum auch, wie heute wieder zu sehen war und zu hören war. Aber auch heute war wieder diejenigen da, die den Film schon kannten. Und behaupte ich auch wahrscheinlich denen ein bisschen, bevor sie ihn wahrscheinlich offiziell nach FSK-Freigabe sehen durften, erstmalig gesehen haben, schätze ich. Also die damit aufgewachsen sind, für die das wahrscheinlich auch ein Teil der Jugend vielleicht war. Spekuliere ich mal so in den Raum. Ja, wahrscheinlich spielst du da auch schon auf eigene Kindheits- oder Jugenderlebnisse an. Das werden wir gleich noch ein bisschen vertiefen. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder die Gelegenheit, die schöne Filmeinführung, die du ja immer vor jedem Film, der in der Schatzkiste hier im LIWU in Rostock läuft, die du hier machst. Die nehme ich immer mit auf und die hören wir uns jetzt mal an. Schönen guten Abend, hallo und herzlich willkommen zur LIWU Schatzkiste, dem Ort für Filmklassiker und Perlen der Kinogeschichte. Heute Gremlins von 1984 von Joe Dante oder wie er im Deutschen heißt, Gremlins kleine Monster. Wer hat denn den Film noch nie gesehen? Keine falsche Bescheidenheit. Ja, ist dann natürlich die richtige Entscheidung, das zum ersten Mal im Kino zu tun, denn nur da können Filme ihre ganze Kraft entfalten. Und das ist auch der Hintergrund der Schatzkiste. Hier versuche ich möglichst jeden Monat, Ausnahme Sommerpause, einen älteren Film wieder auf die große Leinwand zu bringen. Neben all den tollen neuen Filmen, die wir natürlich im Programm haben. Und ein bisschen Filmgeschichte sozusagen zu vermitteln. Dazu gehört eben der Film selbst. Eine vier- bis fünfstündige Einführung von mir hier eben vorher, direkt vor dem Film. Ja, warum heute Gremlins? Natürlich wollen wir ein bisschen vorweihnachtliche Stimmung verbreiten. Und was gibt es da Schöneres als kleine Monster, die eine Kleinstadt terrorisieren? Zudem haben zwei wichtige Leute, die mit dem Film zu tun gehabt haben, gerade ihren 70. Geburtstag gehabt, beziehungsweise feiern ihn genießt. Joe Dante, der Regisseur, ist am 28. November 70 geworden. Und Steven Spielberg, der Executive Producer, der hat am 18.12. Geburtstag. Läuft auch bei Kabel 1 gerade eine tolle Reihe mit seinen Filmen. Und natürlich ist das hier heute auch die Kinopremiere in Rostock. Dieser Film ist vorher noch nie hier gelaufen. Wer andere Beweise hat, kann das jemand widerlegen? Nein? Also habe ich recht. Ja, woher kommt eigentlich das Wort Gremlins und wie ist eigentlich dieser Film entstanden? Das geht zurück auf den Zweiten Weltkrieg, was auch sonst, wo die US-Fliegerpiloten immer, wenn irgendwas in ihren Flugzeugen kaputt gegangen ist, nicht funktioniert hat, oder sonst wie gesagt haben, hier ist schon wieder ein Gremlin am Werk und deswegen klappt irgendwas in unserem Flugzeug nicht. Und so ist dieser Begriff entstanden. Und der Film selbst hat seinen Ursprung in New York, wo ein unbekannter Filmstudent an der New York University Film School einen Text vor sich hingekritzelt hat. Er sollte dann später Regisseur werden von solchen Filmen wie Harry Potter, Der Stein der Weisen oder auch Kevin Allein zu Haus. Kennt jemand den Namen dieses Mannes? Einfach ruhig rein. Genau. Chris Columbus, so sieht der Mann aus. Hat schon einen großen, bekannten Namensvetter in der Weltgeschichte. Deswegen ist seine Produktionsfirma auch die 1492 Films, glaube ich. Und auf jeden Fall saß der eben in New York und hat sich so einen Text hingeschrieben, weil in seinem Haus nachts immer die ganzen Mäuse rumliefen. Und das hat immer so komische Geräusche gemacht. Da hat er gedacht, ja, da gibt es bestimmt auch so ein Monster, die Müttern die Köpfe abschlagen. Und wenn die Kinder dann nach Hause kommen, rollt der Kopf die Treppe runter und die ermorden die Hunde. Es war eine erste Variante von dem, was später Gremlins werden sollte. Einige Spitzen der Gewalt wurden dann noch entschärft und ein bisschen geändert im fertigen Film. Aber das ist sozusagen die Geburtsstunde von Gremlins. Das waren die ersten Texten. Die sind irgendwie zu Steven Spielberg gelangt und Steven Spielberg hat gesagt, daraus machen wir einen Film. Und ich will diesen Typen, der gerade The Howling gemacht hat. The Howling, kennt jemand den deutschen Titel? Das Tier. Das Tier, richtig. Von Joe Dante von 1981. Eine Kolonie abgeschieden von der Zivilisation, wo kranke Menschen behandelt werden wollen, die gleichzeitig auch in den meisten Fällen Wehrwölfe sind. Dumm gelaufen. Das war sein, ich glaube, zweiter oder dritter Spielfilm. Hier das Plakat. Das ist Joe Dante. So sieht er aus. War auch vor ein paar Jahren mal in Deutschland. Da habe ich ihm mal die Hand geschüttelt und seitdem nicht mehr gewaschen. Und er hat auch Piranha gedreht. Ein Film, gegen den Universal klagen wollte, weil es ein Rip-Off vom weißen Hai ist. Nur halt eben mit Piranhas. Und Steven Spielberg hat den Film gesehen und hat danach gesagt, ach komm, der ist lustig, den braucht ihr nicht verklagen. Alles gut. Und Steven Spielberg wollte eben diesen Joe Dante und vor allen Dingen den Special-Effects-Künstler Chris Wallace, der bei The Howling mitgemacht hat, verpflichten für Gremlins. Und das hat auch geklappt. Und Joe Dante, wie gesagt, 46 geboren, 70 Jahre alt jetzt, der ist durch die Roger Corman Film School gegangen. Und Roger Corman, das ist in Amerika der König der B-Filme oder der Kaiser oder der Beherrscher aller B-Filme. Das heißt, alle seine Filme, die er gemacht hat, haben immer Gewinn eingespielt. Seine Autobiografie heißt auch, wie ich tausend Filme machte und nie einen Dollar verlor. Denn bei ihm war die einzige Bedingung, hier ist das Budget, kannst du alles mitmachen, was du willst. Du musst nur unter diesem Budget bleiben. Wenn du drüber bist, bist du gefeuert. Und da ist eine ganze Generation von Hollywood-Leuten durchgegangen durch diese Schule, wie eben Joe Dante, Franz Ford Coppola, Martin Scorsese war auch mal dabei, Jack Nicholson, Ron Howard und alle möglichen Leute. James Cameron, nachdem er ein Raubenschiff mit Busen gemacht hat, stieg er in der Gunst auf und wurde Regisseur eines Films dort bei den New World Pictures, die uns sozusagen heute geerbt sind, sowas wie Sharknado, verschafft haben. Und durch diese Schule ist eben Joe Dante durchgegangen und ist eben so ein totaler Film-Nerd, der auch immer ganz viele kleine Details und so in seine Filme einbaut. Wenn man nachher der Film losgeht, kommt ja auch ein Kino ins Bild. Da stehen zwei Titel, A Boy's Life und Watch the Skies. Das sind, die hat er eingebaut, weil er gemeint hat, naja, dann ist Steven Spielberg glücklicher, weil er weiß, das sind Arbeitstitel von seinem Film. Kann sich jemand vorstellen, von welchem Film A Boy's Life der Arbeitstitel war? Ruhig einfach reingrufen. Und Watch the Skies. Und solche kleinen Anspielungen baut Joe Dante eben überall in seinen Filmen ein. Wenn Mogwai sich vermehrt, dann sieht man eine Aufnahme, da liegt noch so ein Blatt, da ist eine Konzeptzeichnung von Wolfsmensch, einem der Universal-Monster der 30er, 40er Jahre drauf, von Joe Dante selber gemalt. Oder, da kenne ich mich nicht so ganz aus, der Cartoonist und Comiczeichner Chuck Jones hat eine Rolle in diesem Film und er muss natürlich von Billy den Comic bewerten und ihm sagen, wie toll er doch malen kann. Und ebenso ist immer dabei bei Joe Dante Film Dick Miller. Der spielt hier den Mr. Father Man und er ist in jedem Joe Dante Film eben dabei. Ja, die Dreharbeiten für Gremlins haben angefangen im April 83, ging dann bis August 85 und wurden unter anderem auf dem Universal Backlot gedreht. Das heißt, wer schon mal bei einer unserer Schatzkisten dabei war, hat vielleicht Zurück in die Zukunft gesehen und dem wird auffallen, dieses Gelände sieht irgendwie so ziemlich aus wie dieses Gelände. Also diese Treppen dort sieht man auch da so ganz knapp, wo ein paar Menschen stehen. Das ist eben Universal Backlot, da wurden Filme gedreht, da werden Filme gedreht und da werden auch weiterhin Filme gedreht werden. So zum Beispiel auch, falls jemand diese völlig fürchterliche Serie mit Jennifer Love Hewitt gesehen hat, Ghost Whisperer, die wurde auch da gedreht zum Beispiel. Grauenhaft. Ja, zunächst wurde drei Monate gedreht mit den Schauspielern und ein paar praktischen Effekten. Dann gab es drei Wochen Pause und dann wurde nochmal zwei Monate sich Zeit genommen. Wir leben, oder der Film wurde gedreht in einer Zeit, bevor Computer so hochentwickelt waren und Greenscreen und CGI, das gab es noch nicht. Telefone hatten noch eine Schnur und waren irgendwo befestigt, nicht in der Hosentasche. Wurden dann nochmal zwei Monate nur Effekte gedreht mit den Gremlins und Wargoy. Und das hatte vor allen Dingen zu bedeuten, es muss so viel außerhalb der Kameras geschehen und es muss alles getrickst werden. Und wie man hier eben erkennen kann, entweder hatten die Sets tatsächlich eine Grube unter dem Fußboden oder man hat irgendwie Tische genommen, wo sich dann die ganzen Puppenspieler da irgendwie zurecht gemacht haben. Die hatten alle Kopfhörerchen im Ohr, damit der Chris Wallace, der Special Effects-Mann, der immer direkt neben Joe Dante stand, Joe Dantes Befehle weitergeben konnte und gesagt hat, könnt ihr das machen, könnt ihr mal so bewegen und dieses tun und jenes machen. Und die hatten auch einen Monitor, damit sie sehen, was sich eigentlich gerade so abspielt. Bei der Szene übrigens nachher, wenn die beiden Mogwais sich da an der Pappe anklopfen, da liegt auch noch eine Zeichnung von Piranha auf dem Boden. Joe Dante, der immer überall was einbaut. Und je länger der Film dauerte, desto mehr Leute sind auch dann da involviert worden und es ging dann nur noch darum, so viele Gremlins wie möglich irgendwie ins Bild zu kriegen. Das heißt, eine auf den Kopf, zwei an der Hand, damit hatten die jemand schon mal drei. Und das Chaos wurde immer größer. Chris Wallace ist bei diesem Film auch geschätzt etwa 50 bis 60 Jahre gealtert, weil es einfach so anstrengend war. Es gibt dann auch eine Szene, die kennen ja die meisten schon, da fällt der Oberbösewicht der Gremlins ins Wasser und wir wissen ja, die Regel, nie nicht nass werden. Und diese Szene hat man eben gedreht und hat festgestellt, er fliegt zu schnell runter, er versinkt zu langsam, das Licht ist nicht richtig, das Wasser sieht doof aus, er gibt nach vorne, nach hinten, er dreht sich. Und nach ungefähr 60 Versuchen hatte man die Szene dann endlich im Kasten und alle freuten sich. Und dann kam ein Assistent an zu Chris Wallace und hat gesagt, du, die weißen Haare sind gar nicht bei ihm oben drauf. Und man musste noch ungefähr zehn weitere Aufnahmen von dieser Szene machen. Und es gibt eine große Legende über Gremlins, dass alle diese Techniker, die eben mitgewirkt haben, eine gliesig lange Papyrusrolle hatten, auf der sie aufgeschrieben haben, wie man diesen blöden, nervigen Morgwai quälen kann, weil diese Technik ständig versagte, irgendwas schief ging oder sonst wie nicht klappte. Und die Legende besagt, dass von dieser langen, langen Liste eine Art, wie man Morgwai quälen kann, es in den Filmen geschafft hat. Und es gibt eben eine Szene, wo es Morgwai nicht so gut geht und die Legende besagt, das waren die Techniker, die haben sich das einfallen lassen. Ja, Giordante auch ein Fan von Cameos, das heißt, kleine Auftritte, so wie Alfred Hitchcock in jedem seiner Filme irgendwie zu sehen ist. So ist auch in diesem Film auf einer Techniker-Konferenz Steven Spielberg zu sehen. Das ist der Mann hier vorne, der dann einmal so dieses Bild findet mit einem Fahrrad. Und dieser Mann mit dem Cowboy-Hut und dieser tollen Jacke, das ist der Komponist des Films, Jerry Goldsmith, der von 1960 bis 1980 ungefähr alle Filme, die bei 20th Century Fox produziert worden sind, vertont hat. Von Alien bis Tora, Tora, Tora und alle möglichen Filme. Und eben auch Gremlins. Und das da hinten rechts ist H.G. Wells, die Literaten wissen Bescheid. Die Zeitmaschine. Und wenn man genau hinguckt, es passiert nicht nur im Vordergrund was, sondern auch im Hintergrund, diese Maschine ist einmal zu sehen, dann gibt es einen Schnitt und dann ist die Maschine weg und wahrscheinlich durch die Zeit geweist. Ja, der Dreh hat auch immer wieder Drehbuchveränderungen mit sich gebracht. Wie gesagt, die tote Mutter, deren Kopf die Treppe runterrollt, war nicht mehr dabei. Oder dass der Hund ermordet worden ist, auch nicht. Dafür hatte Steven Spielberg die Idee, sag mal, wenn sich nach einer halben Stunde dieser Mogwai in ein Gremlin verwandelt, dann haben wir ja gar kein süßes, flauschiges Tierchen mehr im Film. Wir sollten den als Mogwai drin lassen. Und dann hat sich herausgestellt, ja, war eine ganz gute Idee. Und damals war das so, die Filmaufnahmen, die an einem Tag gemacht worden sind, die Dailies, sind dann mit den Anzugträgern vom Studio gesichtet worden zusammen. Und Joe Dante hat eben erzählt, als die erste Mogwai-Szene im Kasten war, saß er mit denen in diesem Vorführraum und er merkte, wie es plötzlich ruhiger hinter ihm wurde. Und dann, Merchandise, Merchandise, Puppen. Da ist man dann erstmalig vom Studio aus auf die Idee gekommen, Mensch, wir können nicht nur mit dem Film Geld machen, wir können da auch jede Menge Spielzeug und sonst was kreieren. Was dann so weit ging, dass Chris Wallace erzählt hat, der Special Effects-Mann, da kamen dann irgendwie Leute und sagten, hier, du, Chris, die wollen so ein Pets-Ding machen, wo du hier diese Teile rauskriegst. Was hältst du davon? Und Chris Wallace, Alter, ich habe so schon überhaupt keinen Plan mehr, wo der Kopf steht. Ich kriege hier überhaupt nichts hin. Ist mir völlig egal, was die machen. Mach das ruhig einfach. Alles egal. Als der Film dann fertig war, lief er zwei Stunden und 40 Minuten. Man hat dann also noch ein, zwei Szenen entfernt. Deswegen sind manche Charaktere auch nur einmal im Film zu sehen. Und als dann die interne Studio-Vorführung war, in Anwesenein von Steven Spielberg, zu Dante und den Anzugträgern wieder, haben die Anzugträger hinterher gesagt, ja, ist ein ganz schöner Film. Bis auf die Sache mit diesem Mädchen, wenn die einmal über Weihnachten redet, das ist komisch. Und es sind ganz schön viele Gremlins drin. Dann hat Steven Spielberg sie angeguckt und hat gesagt, kein Problem, wir können die auch rausschneiden und den Film Menschen nennen. Das ist überhaupt keine Sache. Ja, und dann kam der Film am 8. Juni 1984 in die US-Kinos. Also nicht zu Weihnachten, sondern eben im Hochsommer, weil da nicht so viele Filme starten. Aber ein Film ist da noch gestartet. Kann sich jemand vorstellen, welcher Film noch am 8. Juni 1984 gestartet ist? Ghostbusters. Genau, Ghostbusters. So, das war jetzt natürlich. Dafür gibt es einen kleinen Preis, und zwar den zweiten Teil auf Blu-Ray. Das ist die dänische Ausgabe, hat aber auch deutschen Ton, das ist überhaupt kein Problem. Und auch englisch. Da ist alles drauf. Genau, mit Ghostbusters zusammen am gleichen Tag gestartet. Heutzutage undenkbar. Und beide Filme standen dann auch fünf Wochen lang auf Platz 1 und 2 der Kinocharts. Ghostbusters immer auf der 1 und Gremlins auf der 2. Und Joe Dundt hat gesagt, in allen Städten, überall, in den ganzen USA war Ghostbusters vor uns. Nur in einer Stadt nicht. Und das war New York. Wahrscheinlich, weil die New Yorker immer noch ganz schön angepisst waren wegen der ganzen Verkehrsbindung und der Staus während der Dreharbeiten von Ghostbusters. Der Film wurde, wie gesagt, dann ein ziemlich großer Erfolg. Wir waren fünf Wochen auf Platz 2. In den Kinocharts steht, von einem Produktionsbudget von 11 Millionen Dollar. Ungefähr ausgehend haben sie beim ersten Kinolauf 140 Millionen Dollar eingespielt. In Westdeutschland gab es dann mehr als drei Millionen Besucher und damit die sogenannte goldene Leinwand. Und sechs Jahre später gab es dann sogar eine Fortsetzung. Ging also ganz schnell damals. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Film. Und ja, nach Mitternacht darf hier nichts mehr gegessen werden. Ist ja klar. Dankeschön. Ja, das war sozusagen fast ungeschnitten. das komplette Ding. Und ich muss sagen, heute hatte ich auch wieder besonders viel Freude daran. Diesen Moment, wo du dort eine Szene so ein bisschen genauer beschrieben hast. Da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Aber das hat wirklich in dem Moment, als dann Steven Spielberg durchs Bild gerollert ist, hat in so einem Saal wirklich eine tolle Atmosphäre gesorgt. Weil das wäre ein Moment, den würde man glatt übersehen. Und durch deinen dezenten Hinweis und weil das ja auch nichts spoilert oder so, könnte man einfach mal mitten aus dem Film auf sowas hinweisen. Das war ziemlich cool. Was haben wir denn eigentlich hier vor uns mit Gremlins? Wie lang war der jetzt eigentlich? 104 Minuten oder irgendwie so was. Stunde 40, Stunde 45 geht er. Genau. Bevor wir uns jetzt hier darin ergehen, einen Film, dessen Plot ja letzten Endes jetzt auch in der Einführung schon angerissen worden ist, nochmal näher zu erläutern, würde ich gleich auf diesen Aspekt eingehen, dass du gesagt hast, der Film, das ist überliefert worden, war in seiner ersten Vorführfassung für die Produzenten zwei Stunden und 40 Minuten lang. Und ich frage ja deswegen bewusst auch nochmal, wie viel ist eigentlich übrig geblieben? Denn ich fand das heute wirklich hochinteressant, was so Länge, Tempo und Inhalt dieses Films angeht. Und es schaudert mich ein wenig vor zwei Stunden 40. Aber ich kann es mir ganz gut vorstellen. Es gibt auf den DVD Blu-Ray Fassungen gibt es irgendwie so glaube ich zehn Minuten sind das rund mit Deleted Scenes, wo der Pfarrer hat eine Szene mehr, wird halt alles ein bisschen so schusselig eingeführt im Sinne von, er will Billy eigentlich noch seine Briefe geben und verwechselt, dass der Schlüssel, den er hat, ist sein Schlüssel und gar nicht Billys Schlüssel. Vor allem Judge Rainhold kriegt noch ein bisschen mehr Screentime auch. Den finden sie in der Bank, eingeschlossen im Tresor und der kommt da auch, der will da gar nicht wieder raus. Und dann gibt es die Szene relativ gegen Anfang, wenn Billy das erste Mal in der Bank, oder wenn wir das erste Mal in der Bank sind, dann sehen wir auch, wer das Namensschild ja falsch rum hinstellt und später, wenn der Hund dann mit Miss Diegel flirtet, steht das Schild richtig rum und das liegt daran, dass, ich habe ihren Namen vergessen, Phoebe Cates, das Schild unter anderem umdreht und er hat noch eine Besprechung mit dem Chef und la la la. Also ja, das sind so die rund zehn Minuten, die es da an entfernten Szenen zu sehen gibt. Also wundert mich jetzt nicht, dass das quasi Sachen sind, wo Leute am Anfang ausführlicher eingeführt werden oder Leute, die auch eben jetzt noch in der Exposition eingeführt werden, nochmal wieder auftauchen. Aber der Film hat ja durchaus eine recht simple Grundstruktur, die da heißt, es gibt eine Einführung, bei der dann sozusagen auch klar ist, was schief gehen kann und dann geht das schief und dann beschäftigt sich die zweite Hälfte des Films damit, in welchen Details das schief geht. Das ist schon wirklich auch ein bisschen, das hast du wirklich gut schon auf den Punkt gebracht in der Einführung, das ist ein bisschen absurd, dass da einige Figuren quasi jetzt angerissen werden und dann einfach verschwinden. Also Judge Wynall wirklich so einzuführen und dann nie wieder auftauen zu lassen, das kann man gar nicht gewollt haben. Ich verstehe aber auch, ja wo hätte denn das jetzt noch hingeführt? Genau, das ist das Schöne, diese entfernten Szenen sind auch mit Kommentar und so dann sagt sie, naja, das meiste ist eigentlich so entweder redundant, sie hatten eigentlich auch eine Einführung, also eigentlich ging der Film damit los, dass der Pelzer bei einem anderen Laden in Chinatown ist und so eine alte Frau ihm da Sachen raussucht und dann kommt der Junge rein und nimmt ihn mit und dann steigen wir sozusagen jetzt in den Film und haben dann gemerkt, ja okay, das ist doppelt, weil das ja eh nochmal sagt und deswegen machen sie auch dieses Voice-Over, das kam auch wohl erst relativ spät rein dadurch und diese anderen Szenen, dass das eben Charakter-Szenen sind, die aber die Handlung nicht voranbringen und dass sie gemerkt haben, okay, ist das halt zu lang, das kennt man ja auch. Ich meine, gerade weil du das in der Einführung angesprochen hast, habe ich da natürlich nochmal besonders genau hingeschaut, aber ich finde schon auch, dass auch wirklich in den ersten zehn Minuten das auch sofort auffällt, das ist nicht ganz stimmig so, das stolpert sich so ein bisschen zurecht, gerade der Moment, nachdem denn der Gizmo in den Händen des Vaters gelandet ist und diese Voice-Over dann nochmal so ein zweites Mal einsetzt oder genau, der Voice-Over ist ja dann erstmal der von dem Jungen, der da ist, also die Regeln werden im Off erklärt, was auch immer da für eine Szene im Weg war, die dann noch ganz kompliziert das gemacht hätte. Ich verstehe sofort, der Film will Tempo machen, aber er lässt zwar jetzt was weg und versucht das irgendwie ineinander zu schieben, aber weißt du, weil dann auch noch so diese nachträglich verlangsamte Aufnahme von Chinatown dann noch so, man merkt so, da wurde jetzt wirklich im Schnitt gebastelt und geschoben, weil eigentlich eigentlich war das so nicht gedacht und ich finde, dass sich das dann wirklich die ersten 10, 20 Minuten wirklich auch so durchzieht, dass das ganz schön holprig ist, es ist jetzt nicht so, also ja plötzlich boom, wird das aufgemacht, das fast mit Judge Weinhold, also einem Bankkollegen, der quasi auch gleich mal personifiziert den bösen Kapitalismus darstellt. Und Mrs. Scrooge Stiegel halt, die nimmt alles unter ihr Fittich. Ja, aber was macht das für Fässer auf, die der Film überhaupt nicht vorhat, weiter damit umzugehen? Also ich sage mal so jetzt, also findet die große Stärke, ich möchte heute auch noch viel über die Schwächen des Films sprechen, aber die große Stärke des Films ist wirklich, dass permanent also im Subtext mitläuft, was sind wir eigentlich für eine überdrehte, übersättigte Kackgesellschaft? Also wir bringen uns doch wirklich, also eigentlich sind wir selbst schon längst sozusagen die kleinen Pelztiere, die sich zu diesen hässlichen Gremlins verwandeln und eigentlich an sich selbst irgendwann zugrunde gehen. Also ich finde, das passiert so auf der Sub-Ebene konsequent und ich weiß auch, also wer Joe Dantis Filmografie mal ein bisschen verfolgt hat, findet das ja auch immer wieder, aber ich, also ich meine, jetzt muss ich noch mal kurz fragen, ist diese Frau, das ist aber nicht die, die nachher auf ihrem Sessellift rausfliehen. Das ist die, die mit den Öffnungszeiten 10.30 Uhr bis 11.15 Uhr. Ja, aber also es werden halt quasi sehr bedrohliche Figuren, also jetzt gerade mit da schon und der, aufgemacht, die dann aber eben nicht, also für unsere Hauptfiguren nicht relevant sind. Ja, der Punkt ist, also es kommt immer noch durch in dem Film, also das, ne, er, das, na, sehr gelligen eben Billy, das sein Name, eben quasi ja die Familie ernährt mit seinem Job, weil der Vater ja eben dieser erfolglose Finne ist, die Mutter ist ja Hausfrau anscheinend und, ähm, dass die Miss Diegel irgendwie sich sozusagen die ganze Stadt unter den Nagel reißen will und auch hier die Taverne, wo die eben diese Petition dagegen hat und dann ist eben, auch wieder so eine gelöschte Szene, ist einmal, dass sie irgendwie die Nudelfabrik schließen will und dass sie auch alles aufkaufen will und halt billig produzieren oder sonst wie was machen und, äh, das kommt ja auch beim Mr. Fotherman auch noch durch, der ja auch eben diese Schulden hat oder arbeitslos geworden ist, weil die Fabrik zumacht und die andere Frau mit ihren beiden Kindern, die da immer husten und können sie uns nicht wenigstens zwei Tage, äh, zwei Wochen noch geben, bis wir das Geld zahlen können, also, dass irgendwie eigentlich alle, äh, quasi da, äh, ja, Geld aufbringen sollen, müssen oder irgendwie so knapp über der, der Grenze leben irgendwie, ähm, ja, was immer noch durchkommt im Film, was aber wie gesagt auch so ein, zwei Szenen haben sie anscheinend dann auch im Schneideraum rausgelassen. Ja, und ich verstehe auch warum, weil, äh, sozusagen im Rest des Drehbuchs sehe ich jetzt nicht, wo, oder ich sehe jetzt im Rest des Films nicht, worauf das hätte hingearbeitet, also wie das, also für die Geschichte, die sich da, also die jetzt eigentlich dann abläuft, ist das völlig unerheblich, was da sozusagen in der Stadt noch so los ist. Also ich verstehe, dass das für Joe Dante nicht unerheblich ist, so, ne? Also ich will das auch trennen, so quasi, so den thematischen Anspruch, der so eingeflochten ist, aber was für mich überhaupt nicht aufgeht, ist, dass das über Handlungsfiguren getragen wird, die dann ins Leere laufen, aber wirklich so völlig, ne? Also weil, weil ja quasi für die Handlung ist ja zu keinem Zeitpunkt entscheidend, dass dort die Leute irgendwie, äh, äh, teilweise mit Geldproblemen irgendwie unterwegs sind. Also null, gar nicht. Also auch, auch das, also das Billy der Ernährer der Familie ist, ist eine reine Behauptung. Ich kann, also ich verstehe auch schon, dass das wohl so ist, aber das hat für die Handlung keinerlei Bewandtnis und das finde ich halt ganz schön gewagt, davon wimmelt es in der Exposition von interessanten Figuren. Ich finde die Schauspieler alle irgendwie interessant, gerade, also ich finde die Hauptfigur noch am langweiligsten und alles drumherum immer interessanter. Äh, ich finde wirklich unglaublich blass den Billy, aber da können wir auch noch dazukommen. Aber, also das heißt, da sind lauter interessante Geschichtchen und das ist, das wird sozusagen, also das wäre ja nochmal interessant, ob es das vielleicht auch doch nochmal komplexer gab, aber, ähm, sagen wir mal so, für die, für die Gremlins-Apokalypse, die dann passiert, ist das halt unerheblich. Außer man möchte das als sowas verstehen wie, das ist die Strafe für das, was da ist. Ähm, also ja, ja, kann ich grundsätzlich erstmal zuschauen, dass sich das auf jeden Fall verläuft, aber, also was es bei mir auf jeden Fall auslöst, ist, dass ich eben so dieses Gefühl Bild sich irgendwie entwickelt für dieses Örtchen, also ne, auch dieses, naja, irgendwie wirkt dieser ganze Platz sehr vertraut, warum nur? Natürlich, weil es eben der Drehort ist einfach, den man schon irgendwie immer mal wieder sieht. Es ist auch wirklich das Zurück-die-Zukunft-Teil, oder? Ja, es ist diese Universal-Backlog, es ist halt dieses Viereck und du hast den Platz in der Mitte und die anderen Dinge da am Rand und das Kino ist das gleiche wie das, wo Marty McFly dann eben da rein hat. genau, das ist das gleiche. Und, und das, ja, dass ich dadurch irgendwie einfach so das Gefühl ist, ich könnte, wenn, ich wüsste, wo ich jetzt lang gehen muss, so ungefähr sowas, also, dass ich mich ein bisschen in diese Welt reingezogen fühle, ähm, ja, das, das bewirkt es bei mir, auch wenn du natürlich völlig recht hast, das ist das meiste dann irgendwie, ja, schön, dass wir drüber gesprochen haben, so ungefähr, dann nicht mehr vorkommt. Ich meine, für mich ist das wirklich auch ein Extrembeispiel, das ich gar nicht so sehr darstellen möchte, als, dass es da ist alles besser, ne, aber zurück in die Zukunft, äh, verschwendet ja nicht eine einzige Sekunde da drauf, irgendwas zu erzählen, was nicht für die Handlung in irgendeiner Form relevant ist. Und wenn es am Anfang noch beiläufig wirkt, wie diese Geschichte mit der Kirchuhr, ne, dann ist das trotzdem nicht umsonst. Und da wird mir einfach nur bewusst, äh, Joe Dante ist in meinem, in meinem Kopf sozusagen auch nicht abgespeichert, als der brillante Regisseur, den ich vielleicht in einem Steven Spielberg oder in Romer zu Mackie sehe, sondern für mich ist das ein, eine, eine fabelhafte Würze im Hollywood einerlei, das wirklich, also fast schon, also, antikapitalistische Subversionen betreibt in seinen Filmen, ja, und also, ich zum Beispiel mit einem großen Freund, habe ich damals auch im Kino als Jugendlicher entdecken können, äh, Small Soldiers, ne, also, da sehe ich das alles wieder. Ähm, ich war jetzt wirklich ein bisschen baff, dass das, äh, ich müsste auch andere Filme, glaube ich, nochmal wieder sehen, aber hier war ich jetzt erstaunt, dass das, das ging nicht, für mich nicht so gut zusammen, so, gerade weil das sozusagen, also, da wurde was transportiert, da wurde ja auch, ich finde, dass der Film auch sich irgendwie unentschieden ist, so, am Anfang hat das so einen Hauch von, es ist eben eher das Steven Spiel, also, es fast ist ja so ein Hauch Indianer Jones, durch das Exotische, ne, und so, mystisch, dann ist es aber plötzlich sehr so, Familie, also, ich finde, ich bin ja irgendwie auch ein bisschen Spielberg, ein bisschen Zemeckis, ne, also, das, aber eben, aber er hat eben, finde ich, sein eigenes, sein eigenes Ding, also, genau dieses, ja, ich weiß nicht, anarchisch ist vielleicht dann schon wieder übertrieben, aber so ein bisschen eben, ja, später total, aber die erste Hälfte, das eben auch so ein bisschen, alles, also, du denkst, naja, jetzt fahren wir da lang, aber so ein bisschen, irgendwas stimmt hier auch gerade nicht so, und dass er da eben immer sowas unterschiebt, also, ich finde zum Beispiel, wenn Billy mit der Mutter spricht da in der Küche, ja, was, Mom, hast du was? Und dann hat sie da diesen Riesenberg an Zwiebeln, wo ich schon, also, das ist ja schon fast, äh, und da liegt ein Kilo gehackte Zwiebeln, warum weinst du? Also, was schon ins Absurde fast übersteigert, und das finde ich, ist das, was ich so der Meinung bin, was bei Joe Dante so auch typisch ist, also, dieses, irgendwie, ja, dieses abgedrehte, oder, ich weiß nicht, auch mit kindlichen Augen oder so, aber so ein bisschen immer, das, was ich eigentlich erwarte, aber so leicht überdreht und irgendwie abgedreht, so, das, und mir gefällt das. Ja, also, ich meine, mir ist völlig bewusst, dass so eine Figur wie der Vater als Erfolg, loser Erfinder, der ist vor allem deswegen da, weil das, ich glaube, alles, was Joe Dante irgendwie, oder, oder vielleicht auch Chris Columbus, also, also, vielleicht auch gemeinsam ausgeheckt haben an absurden Ideen, ne, an absurden, sinnlosen Erfindungen, wird halt alles reingestopft, und ich würde mich nicht wundern, wenn noch irgendwo zehn Minuten Material rumliegen von noch mehr Erfindungen. Aber so sinnlos sind die gar nicht, Stichwort, kabellos telefonieren, ne? Ja, also eins bei Sachen. Ja, in allen Erfindungen steckt ja quasi, das wäre ja eine Erleichterung, im Alltag würde das funktionieren, aber, also, es ist ja schön, wie die Frau, dass er so tapfer erträgt, die Mutter, und versucht auch immer das Beste draus zu machen, aber eigentlich auch immer schon weiß, gleich fliegt dir das wieder um die Ohren. Aber, also, aber ich guck, also, es gab schon krasse Momente, in denen sozusagen, also, da die Slapstick-Nummer losgeht, die auch vorhersehbar ist, Papa sitzt an seiner Werkbank, weiß, jetzt geht wieder was schief, und dann sitze ich schon manchmal ein bisschen stumm da, und denke so, ja, und wollen wir die Handlung noch irgendwie vorantreiben, so groß funktioniert der Gag jetzt auch nicht. Also, für sich genommen, würde ich jetzt nur diese eine Szene gucken, würde ich all diese Details entdecken, und es war für mich deswegen auch wirklich eine Freude, also, so diese Szene, überhaupt diese ganze Idee, mit, dass der Papa so ausgelagert ist, und er auf dieser komischen Convention ist, Den Bund müssen wir auch irgendwie nochmal kurz zur Seite schieben, den nehmen wir mit. Aber das ist so, das ist so, was ist denn das auch wieder für eine, also, das ist so, das ist so, also, das funktioniert eigentlich nicht, und das hätte mir auch gar keinen Spaß gemacht, ohne die Möglichkeit noch das zu entdecken, was da drin ist, und würde ich jetzt nur diese Sequenz gucken, ist das ja wirklich toll, steckt ja, also, es platzt ja wirklich vor Ideen, also, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich noch 20 kleine Inside-Gags sozusagen trotzdem verpasst habe, obwohl sie mir auf der großen Leinwand quasi entgegengeknallt sind, ich würde jetzt einfach mal behaupten, mein Gefühl sagt mir, dass das bei Joe Dante nochmal, das hat sich noch viel, das ist noch homogener geworden, aber, sag mal, helf mir mal ganz kurz, wollen wir kurz einmal so ein, Joe Dante, ist das auch meine teuflischen Nachbarn? Also, genau, also 78 Empirania, dann 81 Howling, dann irgendwie, glaube ich, hierbei Twilight Zone Movie, aber, also, den habe ich noch nicht gesehen, Unheimliche Schattenlichter, hat er irgendwie eine Episode gemacht, Gremlins, ich glaube, er hat ja nicht sogar diese schreckliche, also da, wie gesagt, den habe ich noch nicht gesehen, ich stecke irgendwo in der ersten Schrift, der Original-Toilette Zone. weißt du, dass du über die Toilette Zone, was ganz Böses schief gegangen ist, oder? Da hat irgendjemand gestorben, oder? Ja, mit dem Schubschrauber auf Schubschrauber. Oh ja, stimmt, davon habe ich mal irgendwo gehört. Egal, weiter, ja. Genau, Teuflischen, also The Suburbs, oder The Burbs, meine teuflischen Nachbarn, so, da komme ich aber auch durch, also 1990 ist auf jeden Fall Gremlins 2, so, das war der einzige Film, hat er ja gesagt, wo er, wo das Studio-Team gesagt hat, hier, nimm so viel Geld, wie du brauchst, du kannst machen, was du willst, und es war natürlich nichts, oder so ist ein finanziell natürlich nichts geworden. Dann natürlich, dann ein Looney Tunes Back in Action, glaube ich, aber das ist schon Anfang der 2000er, Small Soldiers, hast du schon gesagt, The Hole, Burying the Axe ist jetzt relativ, ja, und Slysses ist nicht von ihm, dann hat er, wie heißt es, Eerie Indiana, hat er sowohl Regie, als auch, glaube ich, allgemein so ziemlich doll betreut, und auch richtig Meta nachher, ganz zum Schluss, dass er sich selbst spielt, und die Serie jetzt gerade gedreht wird, in der einen Folge und so, bei Hawaii Five-O hat er jetzt, glaube ich, sogar bei der neueren Serie, irgendwie eine Folge gedreht, aber, ja, ich habe auch noch längst nicht alles gesehen, und auch noch ein paar Sachen erkunden, also, ja, Martinet, Martinet, Ah, mit Johnny, stimmt, den hat er, also, als er hier damals in Dresden war, hier beim Sinestrange, da meinte er auch, das ist so ein Film, da kannst du auch mal rausgehen, also, der geht irgendwie eigentlich vier Stunden, oder wie lange das Ding ist, jetzt glaube ich, gerade auch noch relativ frisch, endlich mal erschienen, bei Koch Media wieder, ähm, ja, wo eben so, wo er meinte, na, es ist eigentlich so ein Film, wie, du sitzt vor dem Fernseher und selbst rum, und dann guckst halt mal 20 Minuten hier, dann wieder da, dann schaltest du wieder zurück, und so, und, äh, ja. Das ist interessant, dass er selber auch so auf seine, auf seine Werke schaut, weil, also, ich könnte mir wirklich vorstellen, das würden wir jetzt immer uns einzelne Szenen angucken, ne, dass die so für sich genommen, äh, interessant und außergewöhnlich genug sind, ne, ich meine, für mich bleibt jetzt sozusagen, äh, als du gerade nochmal vom zweiten Teil gesprochen hast, ich hatte, ich weiß, dass ich diesen Irrtum schon mal hatte, dass ich so beim zweiten dachte, oh, ist der irre und durchgedreht, und das ist ja wirklich, das ist ja die reinste Anarchie so, und das auch als Lob, ne, obwohl ich den also auch irgendwie noch konfuser finde so, aber irgendwie ist der von Anfang an für mich eine total überdrehte, auch satirisch gemeinte, äh, Action-Komödie, ähm, und, äh, beim ersten dachte ich immer, das ist alles noch nicht so, aber spätestens bei der Sequenz, wenn Muddi, äh, quasi das Küchensplatter-Massaker organisiert, äh, ist das ja auch schon da, und das ist ja auch das Schöne, das kann ja wirklich nur Joe Dundee so in so einem Film machen, also das macht ja kein Spielberg, und das macht auch kein Zemeckis, äh, und auch ganz sicher kein Chris Columbus, ne, dass da plötzlich, also, ich meine, der Moment, wenn Muddi mit dem Messer, den so immer so abmurkst, wow! Ja, also, also mir kommt da auch ganz automatisch Psycho in den Sinn, weil ich meine, da sind dann auch einmal so zack, zack, zwei Streicher nochmal kurz mit dabei, und, ähm, ja, also, es ist allgemein so, ne, äh, kommt mir auch natürlich Alien in den Sinn, Ja, hinter mir wurde gleich geflüstert im Saal, äh, es ist wie bei Ripley, ne, na ja, also, das finde ich auch wieder interessant an dem Film, dass eigentlich ja irgendwie Billy so mein roter Faden ist durch den Film, aber dass dann die Mutter plötzlich auch so dieses Gewicht da bekommt an dieser Stelle, dass sie, dass sie denkt, okay, was passiert jetzt mit der Mutter, oh Gott, nicht, dass ihr was passiert, und dann, bämm, sie macht die, und wie sie ihn fertig macht, der erste wird gemixt in der rückwärtsgedrehten Szene, der zweite, äh, abgestochen, das ist ja auch geil, wie er dann im Hintergrund immer noch so, äh, sich ganz leicht bewegt, so, der dritte mit dem Floh, Insektenverjagungszeug in die Mikrowelle, eine Kopfplatzszene, mal wieder in einem Film, äh, da, also, und dann natürlich der Angriff vom Weihnachtsbaum, wo man ganz kurz den Stuntman sehen kann, den Baum umkippt, wenn man hinguckt und weiß, sieht man einmal seinen roten Pullover so ganz leicht durchblitzen da, ähm, ja, und das ist einfach, also, genau, unterläuft, glaube ich, meine Erwartungen oder, oder dessen, was ich denke, wie sich das jetzt entwickelt, äh, und dann ist plötzlich eben die Mutter, also, als die, die starke Frauenfigur, dann fange ich an zu überlegen, haben wir eigentlich mehrere starke Frauenfiguren, ist nicht, äh, ich habe leider ihren, ich komme heute mit den Namen gar nicht klar, also, die Freundin von Billie eben, Phoebe Cates, die dann auch, ja, da geht's lang, da geht's lang, sie lässt sich von den Gremlins nicht so wirklich was vormachen, sie setzt sich auch gegen die durch, in der Taverne nachher, wenn die da alle so durchdrehen, äh, auch wenn Billie und Mogwai sozusagen dann im Finale den, den ganz großen Punkt landen dürfen, oder gerade Mogwai dann mit dem Licht, aber sie ist dann auch immer noch aktiv, sie ist nicht völlig, äh, nur am Rand stehen, also ein bisschen was macht sie auch, beziehungsweise weiß ich eben auch zur Wehr zu setzen, oder auch wenn, wenn Judge Reinholz sie eben anmacht, und dann, ich kenne auch dein altes Apartment nicht, also die, 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 ja klar, die Mutter ist Hausfrau, oder soll die Hausfrau sein, aber ich finde, dass da hätte Schlimmeres bei rauskommen können, was so die Frauen angeht im Film, also klar, wir haben auch Miss Diegel als eben den Scrooge-Schnitt, nee, da ist glaube ich so, da die, da glaube ich, der ist da ganz, ganz, ganz koscher, was, was, was die, was die, was die Frauen stärker angeht, ist es eher so, ich fand das gerade ganz, ganz süß irgendwie dir zuzuhören, wie du an den Handlungen, äh, äh, der zweiten Hälfte irgendwie nochmal versucht hast, so, so Charaktereigenschaften nochmal festzuzuhören, weil da ist ja wirklich nichts so, ne, ich muss sagen, ähm, das, das, das nervt mich dann tatsächlich ein bisschen so doll, so sehr, dass ich noch nicht mal mehr Freude habe, an der durchaus geilen, ironischen, äh, ich erzähl dir mal meinen Weihnachtstrauma-Szene hab, weißt du, weil ich so denke, Alter, nicht noch eine Szene, wo hier wieder nur was behauptet wird, ne, also, äh, das, das ist mir dann dieses eine Mal, äh, also, ich sehe es mir vorher schon zu viel, und dann fängt die da an so zu reden, dann merke ich schon, okay, das meint schon dann die jetzt auch nicht ernst, ne, und ich, ich glaube, das ist das, was ich meine, dass ich mir einbilde, dass ich das bei, äh, aber ja, es kann eigentlich auch, so viele gibt es dann gar nicht, wahrscheinlich ist das dann Small Shoulders, wo ich dachte, da funktioniert das richtig gut, aber ich bin gerade sehr unsicher, wie es mir gehen will, wenn ich mir den nochmal anschaue, ob, ob das, ob das Bestand hat, ne, weil der hat auf jeden Fall auch am Ende eine endlose, äh, Materialschlacht zum Schluss, also das, oder vielleicht auch eher so, zu und zur zweiten Hälfte, ähm, und ich, ich kann ja, also, also an der Stelle ist das, kann ich, ich versuche das gerade so eigentlich als einen subversiven Event-Movie zu begreifen, so, ne, der eigentlich eine, eine große, äh, äh, Zerstörungszeremonie, äh, äh, bereithält, äh, die halt nur natürlich die ganze Zeit so wiederhaken kann, das war schön, als in einem Publikum die Leute so aufgestanden sind nach dem Abspann, so, und hier ist es ja jetzt wirklich gerade kurz vor Weihnachten, dass du denen zeigst, ja, Mensch, ne, das ist mal eben eine halbe Stadt abgemurkst worden, da sind wir auch schon in einer Weihnachtsstimmung, so, ne, und, äh, dafür bin ich ihm eigentlich dankbar, aber ich dachte, ich dachte, das flutscht ein bisschen besser. Mhm, also ich glaube auf jeden Fall, das ist so, oder was ich mir, ja, mein, mein Bild von Giudante, so dieses, hatte ich eigentlich schon gesagt, also das ist eben nicht der, der eben das bringt, was du erwartest, also der natürlich auch seine Überraschungseffekte hat und weiß, wie man inszeniert und alles, aber der eben trotzdem ja die Geschichte eigentlich so relativ klar erzählt und bei Giudante ist eben immer, auch hier könnte ich eigentlich nochmal so ein bisschen rumspielen und Handlung, ne, komm mal jetzt gerade nicht mit Handlung, muss mal irgendwie hier ein bisschen Quatsch machen und, weißt du, den Typen, den kenne ich von früher und den finde ich total geil, den möchte ich unbedingt in meinem Film haben und das müssen wir irgendwie einbauen und sowas und der eben, die wir so mal ein paar kleine Sachen machen möchte, als, ja scheiße, wir müssen auch noch einen Film, wir müssen auch noch irgendeine Geschichte erzählen, so ein Mist aber auch, ich weiß auch nicht, äh, dann nehmen wir den Standard, die werden böse und dann wird das Böse besiegt und, äh, auch dieses Ende ist ja auch eigentlich so völlig, äh, ja gut, dann wird er wieder abgeholt und, äh, geht wieder nach Hause. Ja, ja und ich meine auch schon, auch schon so, in der ersten Hälfte gibt es ja eigentlich auch schon eine Reihe von solchen, äh, Sequenzen, die einfach, einfach nur, wo man merkt, dass jetzt die Lust am, am Zelebrieren des Moments und das ist, damit meine ich jetzt die Stelle, wenn, äh, der, der Professor, Lehrer, ähm, sozusagen alleine mit dem, dem ersten, geschlüpften, bösen Gremlin, äh, zu tun bekommt und ich finde es ja, das ist, also, wenn ich jetzt daran denke, amüsiert mich das, währenddessen war ich so ein bisschen verblüfft und irritiert, wie krampfhaft Giudanti jetzt an dieser Idee festhält, dass da parallel dieser Film projiziert wird mit, äh, wir sind in den 50ern und jetzt klären, wie das mit dem Herzen funktioniert und immer wieder auch mit Close-Ups von einem, von einem, von einem pulsierenden Herz an einer geöffneten Brust und, äh, während sozusagen der Professor guckt, wo ist der Gremlin, also in Lebensgefahr, ne, und die ganze Zeit denke ich immer, gleich passiert irgendwas Geniales, wie das so irgendwie miteinander zusammenkommt, kommt aber eigentlich gar nicht, also es gibt nicht, also ich finde, Giudanti ist jemand, der, äh, sehr aufwendig um eine Pointe herum laviert und dann das Interesse schon an der Pointe verloren hat und irgendwo anders, ja, ich glaube, es kann mich fast so vorstellen, also, vielleicht so übertrieben so ein bisschen, dieses, oh, ein Eichhörnchen, ja, ja, schnell ist es, oh, noch ein Eichhörnchen, aber, ich meine, möglicherweise, möglicherweise haben die in den Kürzungen sogar den Rhythmus kaputt gemacht und man müsste die zwei Stunden 40 fast so gucken, also, also, die würde mich auf jeden Fall interessieren, Ja, ja, also, weil, nur um dazu, weil ich, ich habe jetzt, also, ich habe, das passt jetzt gar nicht ein, ich habe nur versucht, mal, ob ich das mit ein paar Sätzen kriege, also, ich sehe, ich habe gerade erst gestern eine Werner Herzog Dokumentation gesehen, die sich anschickt, äh, äh, oder im Titel so tut, als würde es jetzt um Vulkane gehen und wir sind jetzt ganz tief im Entfernen der Vulkane, aber zwischendrin gibt es halt die Idee, Vulkane sind auch wichtig in der Propaganda von Nordkorea, Nordkorea, und plötzlich sind wir mit Nordkorea beschäftigt und so weiter und kommen dann irgendwann auch zu den Vulkane zurück, aber es ist so, das driftet so kurz ab und das funktioniert aber eigentlich total gut und, ähm, ich merke so, na, wer ein Herzog sagt, jetzt keiner mehr, wie er seine Filme machen soll, der macht ja einfach so, ne, und war interessant, wenn, wenn sozusagen Joe Danti den jetzt so gemacht hätte, ohne dass ihm einer dazwischenredet. Ich will aber sagen, dass ich hier saß und ich mir immer wieder dran denken musste, wie du eine Einführung, das zitiert hast, äh, dass jemand meinte von den Anzugträgern, in Anführungsstrichen, äh, äh, dass da sind so viele Gremlins oder müssen da so viele sein und dann zieht sich so, äh, warum ihn denn humans nennen statt Gremlins und dann dachte ich so, als so die x-te Szene kommt, wo Gremlins auf der Leinwand durchdrehen, naja, es sind schon wirklich ganz schön viele Gremlins und natürlich ist diese Aussage irgendwie totaler Quatsch, das wäre auch so mein Horror, wenn mir jemand sowas sagt wie, es sind so viele Gremlins, okay, können wir irgendwie konstruktiv reden, welche Szene meinst du jetzt, ne, aber, äh, das Grundgefühl heißt ja, Handlung entwickelt sich null weiter und es wird einfach nur zelebriert und geht man nicht darauf ein, hat man keine Freude an dieser wunderschönen Anarchie und gerade im Kino geht die ja wirklich großartig auf, äh, dann, dann hängt man auch so ein bisschen so da, ne, und ich, kann ich mir vorstellen, ne, also, also insofern verstehe ich, wo sowas herkommt und jetzt frage ich mich gerade, na, wenn der ganze Zeit der Rhythmus so, so auseinanderfliegend ist, so, vielleicht hätte man sich dann nochmal anders eingeschossen, es hätte auf jeden Fall natürlich geholfen, also ich möchte, ich glaube, also das ist jetzt, also, äh, was jetzt halt passiert ist, genau, plötzlich ploppen Figuren auf, die Briefe wegtun wollen oder so, und, also das ist dann irgendwie auch überfordernd so, also es geht dann auch nicht mehr auf, wäre wahrscheinlich auch nicht aufgegangen mit den Szenen dritter, also, aber, ja, ich meine, also diese Briefszene, wie gesagt, der Pfarrer hätte eben eine Einführungsszene wie er Billy begrüßt und der andere, den lernen wir kurz in der Bank kennen mit dem, ja, ja, das würden sie fertig bringen, böse Frau, sie würden den Hund umbringen, so, und ich glaube, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob der auch in der Bar einmal nochmal kurz durchs Bild läuft oder so, ähm, ja, nochmal kurz zurück zu der, zu dem Professor sozusagen, zu der Szene, also ich finde die trotzdem aber sehr, sehr stimmungsvoll inszeniert, also gerade eben mit dem Projekt auch, ne, Ausleuchtung und sowas, also, wenn du eben sagst, naja, diese Pointe und irgendwie brät es ja ab ab, aber ich finde es trotzdem, habe ich jetzt zumindest auch hier immer wieder so gemerkt beim Gucken, ja doch, das zieht mich schon mit rein, auch wenn ich immer im Hinterkopf habe, er ja, Sir Kelligan hat gesagt im Audiokommentar, er hat nie den Mund zu, da muss ich jetzt immer drauf achten, dass er immer mit offenem Mund da rumläuft und alles so eine Sachen, aber, ähm, ja, ja, also ich merke, ich sitze da so, also was, also ich spüre schon, das ist jetzt mit Augenzwinkern, und ich bin aber, ich feststehe, ich bin so, ich bin nicht ganz auf der Linie, ich bin so leicht daneben und gucke immer ein bisschen skeptisch so, also es haut nicht für mich richtig hin, und dann gibt es das andere, dass ich denke, oh, mal gucken, wo es jetzt gleich, sozusagen so richtig funkt und zischt so, dann mache ich jetzt nicht speziell einen Knalleffekt, sondern eher so, okay, hier wird gerade zelebriert, der Spannungsmoment, man weiß nicht, was jetzt kommt, und die Kamera hätte jetzt noch zweimal mit ihm um die Stühle rumfahren können, irgendwie, ne, was passiert jetzt, und, weil, oder vor allem, weil ich so denke, warum läuft jetzt die ganze Zeit dieser Film, und wo will das mit mir hin, so, ne, und ich, ich war sozusagen nicht in der Lage, diese ironische Freude zu haben, das will gar nicht irgendwo mit mir hin, und ich fand das einfach cool, dass das da läuft, und, Ja, genau, weil, weil das eben seine eigene Kindheit quasi wahrscheinlich mit war, eben, dass er hat diese Filme in der Schule gesät, und deswegen musste er einen Film da eben laufen. Und ich kann mir richtig vorstellen, dass der in einem Semekes-Film oder Spielberg-Film sitzt, und der wahnsinnig wird, dass jedes Bild total kalkuliert ist, und dass da alles sozusagen kein Fett, kein Speck, sondern alles immer ganz präzise hinarbeitet, und ich merke, dass mir da heute was gefehlt hat, daran die Freude zu haben, an so einem lockeren Umgang. Und ich will jetzt mal eine steile These reinschmeißen. Ich glaube, das liegt da dran, dass die Hauptfigur so schwach ist. Da würde ich aber gerne wissen, wie du das siehst. Ich, für mich war Biddy eine irrsinnige Enttäuschung. Ich habe wieder verstanden, warum ich mich null an diesen Mann erinnert habe. Ich habe mich an ganz viele Szenen mit den Gremlins erinnert, aber an diesen jungen Mann, nö. Also ich habe auf jeden Fall immer das Gefühl, warum ist eigentlich, oder was ist aus ihm und aus der Phoebe Cates eigentlich geworden, ist aus dem was geworden? Die sind doch eigentlich, zumindest so das Aussehen, so völlig in Ordnung. Aber die spielen nicht gut. Sorry, wenn ich das so sage, aber das, nee, die spielen nicht gut. Nee, gut, also er, das ist glaube ich eine seiner ersten Filmrollen auch. Er war irgendwie 19 oder so, erzählt er, und Ist er, ist in dem Making-of-Material. Es gibt zwei Audiokommentare, einmal Joe Dante, plus Chris Wallace, plus der Mike Finnell, der Produzent, der ist schon sehr geil, und da kommt eben einmal, Schauspielerkommentar, Joe Dante, Zach Galligan, Phoebe Cates, und Dick Miller. Ach schön, die sind auch beisammen so, ja? wobei ich, also wobei ich diesen Schauspielerkommentar, da ist, durchmischt, da ist auch mal eine längere Ruhephase, da kommen, da kommen zwar ein paar geile, zwar zwei, drei sehr geile Sachen mit rein, immer wieder, aber, also den fand ich nicht so stark, da fand mich das, mit dem, hinter dem Kameratrio, das hat mich deutlich mehr, äh, unterhalten, aber ich meine, so ein Audiokommentar machen, ist auch anstrengend genug, und weiß ich, wenn du dann nach 25 Jahren nochmal zu einem Film gezerrt wirst, redet mal drüber jetzt, eine anderthalb Stunde hier, äh, ja, okay, ähm, finde ich ihn schlecht, ich, mir persönlich ist diese Figur sympathisch, äh, was man, oder, so wie ich das verstanden habe, in den ersten Drehbuchentwürfen, war ja eigentlich auch noch ein Kind, was eben zum Beispiel dazu führt, dass man sich durchaus fragen kann, warum ist eigentlich sein bester Freund so ein kleiner Junge, warum rennt er eigentlich in die Schule so ungefähr, ne, also das so, ja, und das sind eben, das, äh, das wahrscheinlich eben durchaus mit den Drehbuchverschiebungen zu tun haben wird, oder kann, äh, weil man eben sagt, okay, wir ändern einfach das Alter der Figur, aber das droht drumherum, okay, jetzt hat er halt einen Job, und das ist nicht so ganz wie, aber, ich will ja schon ein bisschen, warum wohnt er noch zu Hause, könnte, hätte er nicht trotzdem ausziehen können, auch wenn seine Eltern vielleicht nicht so viel verdienen, oder so, ne, also das sind schon, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass da auf jeden Fall irgendwie so, aber jetzt so die, ja, die Schauspielleustung, du, am Ende ist für mich immer der Regisseur schuld, wenn die Schauspieler scheiße sind, also, aber, äh, na, also wie gesagt, so wie die Sachen mit dem offenen Mund, oder, ich finde, weil du die Szene vorhin einmal kurz erwähnt hast, mit dem Dad, wenn er in seiner Werkstatt sitzt, und da bastelt, und dann kommt der Junge, und spritzt ihn da an, und du merkst eigentlich voll, äh, der Schauspieler lacht gerade darüber, dass das einfach lustig, so dass ich ihn sowieso nicht so, als dieses, das ist hier einfach nicht die Realität, es geht eben los mit diesem Universal Backload, das ist dann spätestens in der zweiten Hefte, wenn die ganzen Sounds mit reinkommen, wiu wiu, die, die, diese Vögel, die, 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 die sind total durchgekleilt, ja, da sagt, da sagt Joe Dante dann auch, ach, Realität haben schon längst aus dem Fenster geworfen, jetzt kommen die ganzen Looney-Tunes, Cartoon-Sounds mit rein und so, ja, wirklich, aber das ist eben das, was er eben auch wollte, also das ist eben Joe Dante, ne, der ist eben so ein, so ein Cartoon-Fan auch. Weißt du, wenn wir das ja kennen von unseren deutschen Synchronisationen bei den Bud-Spencer-Filmen, dass da immer noch 20 Gags reingeschmissen worden sind, so waren die Leute, die verantwortlich waren für die, äh, Gremlin-Sounds, haben wirklich keine Gelegenheit ausgelassen, noch in jeder totalen oder sonst irgendwo noch ein bisschen Figuren und Charaktere reinzuschummeln und was da ständig kommentiert und parodiert wird. Wenn dann Mogwai das Haus verlässt, da mit dem, mit dem alten, ich war ganz kurz so, oh come on. Stimmt, der ist auch noch dabei, der eine von den, der eine, der Mogwais Stimme gemacht hat, der ist bei dem Kontant dabei. Aber es, was ich dann schön fand, war dazu, zu realisieren, dass eine Menge Gags, äh, bei den Minions, von Despicable Me, äh, durchaus auch von da kommt, dieses, dieses, ja, mit Sicherheit, also das, keine Grundverschung. Soziale Gefüge, dieser kleinen Wichter. Dass dieser Film irgendwie schon seinen Einfluss auch dann wieder auf andere hinterlassen hat, auch vielleicht auf die, ja das ist ja ganz doll. Die Prämisse, also, ich, ich, also, ich glaube, das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch eine Stärke von Joe Dante, dass, also, einige von seinen Filmen lassen sich gut auf den Punkt bringen und das leuchtet sofort ein, das macht auf jeden Fall neugierig, also eben, ne, das pelzige, schöne Tier, das dann zu was Schrecklichem wird und sich unkontrolliert vermehrt. Also, ich meine, die, die Parallelen zu, äh, der Wahnsinn, der da so passiert, wenn man in eine Familie hinein und vielleicht auch gerade die Erwachsenen den Kindern ein Tier schenken und was für Auswüchse das hat, das ist ja eigentlich nur eine extreme Parabel, die ja daraus spinnt, so, ne, eigentlich kennt man das ja so. Ja, oder eben, erwachsen werden, Verantwortung übernehmen, ne, ne, das ist ja auch, das ist ja auch so ganz billig noch nicht. Ja, aber auch, dass einem manchmal die kleinen pelzigen Dinger so am Kopf wachsen, so, ne, gerade wenn es vielleicht zwei Ratten sind und plötzlich sind es zehn und irgendwann sieht man schon nicht mehr durch. Ja, okay, also das heißt, du kommst damit irgendwie so einigermaßen klar, ich, also ich, ich, ich brauche das so, also es gibt halt keinen, es gibt halt keinen Helden oder keine Heldin, die mich jetzt so durch diesen verrückten Film schleifen oder so, weißt du, wenn zum Beispiel, es gibt so den einen oder anderen Tim Burton oder den Terry Gilliam-Film, die auch so in ihrer, manchmal kruden Fantastik so auch nicht so ganz stimmig so vielleicht sind, wobei Tim Burton das fast immer hinkriegt, aber garantiert habe ich irgendwie eine Hauptfigur, die mich mitreißt so und das fehlt mir hier. Ja, könnte ich auch immer zuschauen, dass sehr viele Charaktere, oder sehr viele Figuren, um nicht Charaktere zu sagen, drin sind und ja, da müsste man vielleicht auch mal sich mit der Stoppu hinsetzen und die Frage machen, wer hat eigentlich wie viel Anteil, also gerade ja diese Szene, wie gesagt, wenn die Mutter dann anfängt sich zu wehren, ist ja irgendwas, was in einem anderen Film wäre das nicht, da wäre Billy gekommen, und hätte sie gerettet oder so und dadurch würde er eben noch mehr zur Hauptfigur werden. Ich war durch deine Einführung übrigens verunsichert und dachte, stirbt die jetzt eigentlich auch noch? Weil es wäre auch nicht gegangen. Ich finde, der Film macht ja zwei, drei Sachen, die fast nicht gehen, aber er tut interessanterweise dann doch nichts, was gar nicht geht. Also der Hund stirbt nicht und die Mutti stirbt. Das war zum Beispiel eine Sache, haben sie auch eben in dem Kommentar erzählt, ja und es gab eine vernichtende Kritik von irgendeinem Typen, der dann sagte, ja und die Mutter wird umgebracht und der Hund und bis wir dann festgestellt haben, ja der hat irgendwie eine alte Drehbuchversion nur bewertet und deswegen den Film so verrissen. Naja, ich meine so, symbolisch werden tatsächlich ja beide mal getötet so. Also in beiden Fällen kommt ja der Junge und er rettet sie so, den Hund genauso wie die Mutter, aber die sind eigentlich dem Tod geweiht und das hört sich als Zuschauer auch kurz so an. Nur dass ich in beiden Fällen merke, oh wenn das jetzt passiert, dann ist eine Grenze überschritten. Und da ist der Film dann doch vorsichtig und wir wissen ja nicht genau, das Schicksal der meisten anderen ist ja ambivalent. Man kann sich ja einreden, dass sie es vielleicht doch überlebt haben. Wir sehen ja selten wirklich Leichen. Ja, die Miss Diegel ist tot und der Leere. Aber selbst da ist der Shot so, dass das also, wenn man das will, wenn man einen... Aber das sagen sie, also das kommt dann zum Schluss bei dieser Radio- oder bei der Fernsehsendie, mit der Miss Diegel und der Father-Man wird gerade interviewt im Krankenhaus, also bei dem weiß man eben, dass er deswegen überlebt hat. Aber ja, das ist nämlich genau so ein ganz interessanter Punkt, finde ich auch bei diesem Film. Dieses zwischen Lausbuben streiche, wie die Party, die in der Kneipe aus dem Ruder läuft, das ist ja nichts. Oder so Lausbuben streiche, wie wir sind jetzt hier die Weihnachtssänger und sehen einfach nur komisch aus. Und eben zwischen, naja, wir bringen jetzt hier gerade Leute um oder verletzen die und machen sonstige Bücher. Und dann machen wir halt wieder nur Spaß im Kino, weil uns der Film gefällt. Also dieses, das ist eben genauso, wo ich dann auch denke, ja, wie ist eigentlich so die, der Ton des Films, weiß der eigentlich, was er will? Oder ist das wieder einer, das ist eigentlich scheißegal, ob der Film das will, der ist so, wie er ist. Der hüpft eben genau zwischen diesen Sachen hin und her und macht mich dadurch eben unsicher. Und dann passt für mich eben auch wieder die Szene von ihr rein, wenn sie sagt, ja, Weihnachten mag ich nicht, weil mein Vater und der Schornstein. Und genau das ist das eben, was du eben auch vielleicht mit diesen Widerhaken beschreibst, dass ich eben nicht genau sagen kann, naja, die sind vielleicht komplett böse. Nee, aber eigentlich, also ich muss ja auch manchmal lachen, wenn die da irgendwie ihren Scheiß machen oder so. Also die sind nicht völlig böse und genauso sind die anderen Figuren auch nicht alle komplett intelligent. Und auch der Judge Reinhold, finde ich, hat auch einfach, vielleicht weil er der Schauspieler so einen Charme hat, aber der ist für mich auch nicht so, natürlich ist das ein Lackaffe und naja, ich bin 23, bin Vizepräsident, mit 25 bin ich Chef der Bank und mit 30 habe ich meine Millionen auf dem Konto. Was willst du? Alter, komm mal klar, mit der Welt. Aber er hat trotzdem irgendwie so diesen, ja, wenn er jetzt bei mir mit am Tisch sitzen würde, können wir auch ein Bier zusammen trinken irgendwie so. Also, es ist irgendwie nicht, eigentlich ist es keine schöne Welt, die da gezeigt wird. Nee. Diese Finanzhaie, aber trotzdem habe ich irgendwie das Bedürfnis, oh, ich würde auch mal diese Straße lang gehen wollen und Mokwe ist echt süß. Ja, irgendwie schon. Also, vielleicht weil das auch, obwohl es eben so überhöht und künstlich ist, vielleicht auch schon wieder irgendwie glaubwürdig wirkt. So eine Figur gibt es eben irgendwie auch, natürlich sind das Klischees, aber so ein bisschen kennt man doch vielleicht diesen einen, der immer nur ans Geld denkt und der andere, der halt eigentlich Comics zeichnet und sich halt so ein komisches Haustier nimmt. Also, in der Demontage der Idylle ist Jodandi total konsequent. Ich glaube, ich vermisse und ich sollte ihm das nicht mehr länger zuschreiben, weil dann vermisse ich das auch nicht mehr, aber ich habe ihm irgendwie zugeschrieben, dass der das auch noch sehr geschickt in eine überzeigende Filmhandlung überträgt. Das tut er für mich nicht, aber er erschafft Bildwelten und baut ja auch Kontraste. Ich finde, das ist mir halt eigentlich zu simpel und zu flach, aber eigentlich ist das doch total schön. Eine Szene, die wir als Europäer schon, also ich finde die zum Schreien komisch, wenn die beiden jungen Leute, Billy mit seiner Freundin, lang spazieren und im Hintergrund gerade dort junge Menschen für ein altes Ehepaar singen. Was für ein Haufen Scheiße. Wie die sich denn da so, die Alten, sich so aneinander kuscheln, denke ich, ihr spinnt doch total. Wollt ihr mir das als Realität verkaufen? Das hättet ihr gern. Und wenn ihr das so hättet, dann wäre das auch trotzdem nicht echt. Und dass das natürlich dann einfach gespiegelt wird und dann machen die Gremlins das und eigentlich denke ich in beiden Fällen so, hä? Das kann man doch nicht, also man kann doch nicht einfach, ja, wir haben die Idee, dass das mal so im Hintergrund passiert und danach gibt es dann einfach die Szene und ich denke die ganze Zeit, ihr könnt doch jetzt nicht die Gremlins ständig einfach für den nächstbesten Gag da, auf den ihr Bock habt, einfach so benutzen. Ich finde, es hat keine innere Logik und das meine ich mit, das sollte ich einfach nicht länger Joe Dante zuschreiben, dass er quasi in seinen Anarchie-Fantasien auch noch eine innere Logik, ein Handlungskonstrukt baut, das überzeugend ist. Das Geile ist jetzt natürlich, da ich das Bonusmaterial ja einmal durchgeguckt habe, auch da gibt es eben andere verlängerte Szenen, eben mit diesen Weihnachtssängern, wo die Gremlins dann so ein bisschen dazwischen funken erst, also dass auch da so ein bisschen mehr noch so ein Bogen gespannt wird. Also das vielleicht auch wirklich der Schneideraum da eine Rolle spielt. Erinnerst du dich an... Dadurch, dass du das immer jetzt so sagst, habe ich tatsächlich auch immer mehr Bock, lass uns mal diese 2-Stunden-40-Fassung irgendwo auskramen. Und die mal gucken, was dann noch passiert. Ich meine, also mir ist das schon mal begegnet, ich kriege das Beispiel gerade nicht hin, wo, also ich glaube, das muss reichen, also was ich ja gerade mit dieser Werner Herzog Beispiel gemeint habe, in dem Moment, wo da sozusagen wir wirklich bei der Vision des Filmemachers bleiben, dann ergibt manchmal auch das Abwegige und das Abdriftende dann so eine innere Stimmigkeit. Wenn die natürlich nachträglich weggeschnitten wird und quasi eher ein Produzent auf die Uhr guckt, ja jetzt sind schon 5 Minuten Kremlins hier, jetzt muss mal was anderes passieren, dann entstehen Krude, also dann geht das kaputt. Hast du eine Erinnerung an den zweiten Teil, die uns da jetzt gerade so weiterbringt, ob Giudanti dann nochmal anders auch erfolgreicher sein kann, wenn er mehr Freiheit hat? Wie ist dir der in guter Erinnerung? Hast du eine Absicht nicht heute verlost? Wolltest du ihn loswerden? Nee, ich habe mir jetzt das Doppelpack gekauft, dass ich jetzt beide Teile zu Hause selbst auf Blu-ray habe und bisher hatte ich nur den ersten auf DVD, der wird dann morgen verlost. Und den zweiten Teil hatte ich halt auf Blu-ray schon. Ja genau, um sozusagen meine alte, keine alte lassen, ist ja trotzdem noch, kann man alles gut gucken. Genau, deswegen und den zweiten habe ich auch schon Jahre nicht mehr gesehen, habe ihn aber auch, ja doch, also Gremlin, wenn ich an Gremlins denke, dann klickt auf jeden Fall so dieses, oh ja, irgendwie ein bisschen gruselig und, aber eigentlich auf jeden Fall ist das was. Ich sehe auch immer das Buch aus. Ja, aber wo ich auch irgendwie gerne hin will zu dieser Welt, irgendwas hat mich da gefangen und so war ich fasziniert und wenn ich dann denke, ja Christopher Lee fällt mir ein, können Sie eine Kamera bedienen? Kamera bedienen, ich bin eine Kamera. Dann dieser Spinnen-Gremlin, wo ich immer sage, ah, dann der knutschende Gremlin, der philosophisch sprechende Gremlin, der den anderen abknallt und also da kommen mir ganz viele Bilder in den Kopf, ohne dass ich sagen könnte, ja die Handlung ist halt, zu einem Hochhaus bricht jetzt halt nochmal Gremlins aus. Ja, aber ich habe, ja wahrscheinlich ist das sogar schon in begrenzten Orten, aber noch viel konsequenter. Also das ist das, was ich gerade zu überlegen, dass in dem Moment, wo er dann, weißt du, wenn er denkt, er müsste jetzt innerhalb eines Studiosystems und vielleicht sogar vorbildhaft für den Spielberg irgendwie da jetzt was abliefern oder der Chris Columbus hat ja vielleicht auch ein Drehbuch geschrieben, das noch gar nicht so intensiv in der Anarchie war und erst Giudanti hat was daraus gemacht. Also es war wohl deutlich mehr Horrorlastig eben, wie gesagt, wenn die Mutter und der Hund auch sterben und vieles. Ja gut, dann stimmt das so natürlich nicht, aber vielleicht hat der das mit der Familie ernster gemeint oder meint das liebevoller? Ich glaube, Giudanti, der hat auch, glaube ich, ein paar zynische Witze zum Thema so Familien und heile Welt und so. Ich glaube, also ich überlege die ganze Zeit nur, guck mal, 78 Carpenter ist der, der halt diesen schwarzen Mann in den friedlichen, ruhigen Vororten loslässt. Wo dann auch so ein bisschen gezeigt wird, oh, die haben auch alle so ein bisschen Dreck am Stecken manchmal, ein paar Leute. Aber wo eben diese tödliche Gefahr kommt und das ist bitter ernst, dann gibt es, in Anführungszeichen, ist das Leben nicht schön oder It's a wonderful life. Das ist ja immer wieder das Gleiche mit dem italienischen Film. Ah, naja, der eben sozusagen die positive Überhöhung darstellt und Jodant ist irgendwie so dieser Mittelweg zwischen, naja, schön ist zwar schön, aber eigentlich ist das auch so ein bisschen immer komisch und man kann auch mal lachen und dann geht es aber auch eben in dieses tödlich Ernste ja teilweise rein und der irgendwie so da hin und her und da ist sein eigenes Ding und ja, ohne dass jetzt eine völlig belegbare Zuordnung wäre, aber so, weißt du, dass du auf der einen Seite hast du eben James Stewart und ja, am Ende sind alle glücklich und freuen sich und dann hast du Halloween und am Ende sind wir halbwegs froh, dass Jamie Lee Curtis überlebt hat in diesem Vorort und bei Gremlins, ah, wir hatten auch Spaß, wir haben auch gelacht, auch als irgendwie böse Sachen geschehen sind und irgendwie ist das alles so ein bisschen abgedreht und ja, irgendwo zwischen diesen beiden Polen, sage ich jetzt mal, wenn man das eben als Ende und Anfang vielleicht von irgendwelchen Skalen nehmen will. Mhm. Ja. Also ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß, mir gemacht der Film sehr viel Spaß und ja, dieses innere Verlangen eigentlich jetzt direkt den zweiten noch hinterher zu gucken ist auch irgendwo da, auch wenn ich irgendwie im Hinterkopf habe, naja, es hat halt sechs Jahre gedauert und die beiden sind erst alle überall rumgerannt, Warner, bis sie dann doch wieder zu Joe Dante gekommen sind, der irgendwie dann aber auch schon wieder weiter war in seiner Karriere oder an einem anderen Punkt logischerweise. Natürlich trotzdem froh war, dass er einmal in seinem Leben dann die Chance bekommt, mach was du willst, hier ist das Geld, du kannst dich austoben. Stimmt es, dass der zweite Teil eigentlich bei uns ab 16 Jahren ist? Nee, der erste, also mittlerweile ist es so, der erste ist ab 16, der zweite ab 12 und ich hatte jetzt irgendwie gelesen, dass der erste im Kino auch mal ab 12 gewesen sein soll. In Amerika ist er zusammen mit Tempel des Todes übrigens der Film, der zu dem PG-13-Beratung geschrieben hat und der Oberknaller, der erste Film, der dann ins Kino kam mit PG-13, war Red Dawn. Es gab einen anderen Film, der vorher PG-13 bekommen hat, der ist aber noch ein paar Monate nicht veröffentlicht worden und deswegen war Red Dawn dann der Ja, es ist auch die Sache, eigentlich, ne klar, wenn du die Bilder siehst und das fand ich auch bei dem Trailer, der Original-US-Trailer, da siehst du nichts. Du siehst einmal, glaube ich, die Schatten rum und diese Hand, die nach dem Apfel greift, aber du siehst die Gremlins nicht und du hast halt nur Morguei so ein bisschen mal, aber an sich ist die Werbekampagne eben so gefahren, das könnte auch ein Kinderfilm sein oder ein Familienfilm, wo du deine Kinder mitnimmst und dann wirst du aber deftig vor den Kopf gestoßen und wenn du diesen deutschen Trailer für DVD und Blu-ray, ja, Gremlins, 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 alle Szenen mit den Gremlins haben wir schon mal reingepackt, damit ihr auch wisst, was euch erwartet so ungefähr, da fand ich das durchaus reizvoll, wie sie die Amerikaner in den Trailer gemacht haben. Ich meine, genau, also in der Welt macht das für mich, also im großen Ganzen ist das sofort stimmig in dieser Familienabenteuerkino-Welt aus Hollywood der 80er, wo ich dann auch noch die so Goonies und solche Sachen noch mal reinpacken würde, da braucht's, also da ist ja Joe Dante fast schon der Punk, ja. Du kannst ja fast so diese Kreise aufmachen, du hast John Hughes, der irgendwie so diese Teenager-Filme macht und dann machst du Chris Columbus kurz langsam rein, Steven Spielberg sowieso und dann hilft aus Versehen immer Joe Dante da rein und ach komm, ich schmeiß euch mal hier die ganzen Stapel Blätter vom Tisch. Und ich liebe B-Movies aus den 50ern und das will ich alles verbraten und nicht zufällig sehen wir was von den Körperfressern, weil diese Verpuppungen von den Kremlins sehen ganz genauso aus. Auch da muss ich wieder an Alien denken, wenn diese Eier da stehen. Ja, das ist alles sehr nah beieinander. Der ist ja auch zwei, dreimal mit großer Lust wird auf E.T. verwiesen. Ja, allein schon, wenn die Plüschtiere da zu sehen sind, auch klar. Genau. Die Arbeitstitel am Kino und so. Ich dachte übrigens, als es diese Szene gab, wo wir noch nicht das hässliche Gremlin gesehen haben erstmals, aber wir sehen dann, wie die Hand sich den Apfel schnappt und daneben liegt ja dieses Gehirn. Und da dachte ich ganz kurz, ich weiß gar nicht, ob das auch ein Schweinegehirn sein soll oder ob das ein Plastikgehirn ist, aber ich dachte so, es wäre geil, ich dachte jetzt, ist das die Szene, in der wir sehen, dass das wirklich ein böses Vieh ist. Das ist also erst noch ein Apfel, nee, Apfel will ich nicht, Brains. Ja, das ist jetzt ganz klar. Aber trotzdem ist das natürlich, das ist ja, also das ist ja da als drei Jahre vorher auch gewesen oder zwei Jahre sogar nur, das ist ja schon dieser Moment so, da die E.T. Hand greift nach was so und nur haben wir es diesmal eben nicht mit irgendwas niedlichen und wohlwollenden zu tun, sondern... Haben sie auch geschätzt im Audiokommentar. Also diese ganze Schlussszene eigentlich ist wohl komplett improvisiert gewesen oder er hat halt geguckt, was können wir machen hier? Ja, hier, du kriegst noch den Ashtray-Creme und dann, ja, was könnte Mokwai sagen? Ja, auf Wiedersehen, Elliot. Gleich wird noch der Finger anzuleuchten ungefähr. Also haben sie echt so, ja, kannst du jeden möglichen Blödsinn da reinballern. Ja, also das kann ich mir auch gut vorstellen, dass es eben viel so... Also wirklich, wenn dieser im Schluss dann der Typ noch sagt, ihr könnt noch, also ihr seid noch nicht so weit und ihr könnt mit der Umwelt nicht gut umgehen oder was das irgendwie ist, so... Ja, das... Das Schlussbild ist ja auch so ein Matt-Painting und da hat er auch die Kommentare gesagt, ich hätte es geil gefunden, wenn er einfach verschwunden wäre, wenn er geht und mitten im Gehen verschwindet er. Und dann meinte ich so, ja, ja, bei den ersten Aufnahmen ist er auch einfach sozusagen da weitergegangen, bist du hinter die Markierung und war dann plötzlich weg. Hättest du drin lassen müssen? Hättest du drin lassen müssen? Wäre viel geiler gewesen. Ja. Und worüber reden die da eigentlich? Die hättest du alles erzählen lassen können. Also, ja, ach, ich denke da immer wohl, also, ja, es ist wahrscheinlich so eine Vermischung aus Kindheits, verschwobener Kindheits- Nostalgie-Erinnerungen. Ah ja, erzähl das doch mal gerade, weil du vorhin gefragt hast, ob das eigentlich Leute oder so behauptet hast, es könnte ja sein, dass viele Dinge noch vor dem, also, äh, Mann, warum so kompliziert. Also, hast du den gesehen? Da warst du schon 16? Ich glaube nicht. Ja. Und wahrscheinlich war es eine geschnittene Ausstrahlung bei ProSieben. oder so, aber Gremlins, da ist irgendwie so dieses, oh, hast du das süß? Aber ist auch ein bisschen gruselig. Oh, aber ist auch lustig. Also, ich erinnere mich, ich würde sagen, ich saß in einem Jugendclub in Schmal und da gab es genau diese zwei Wunderbossers-Kassetten und dann wurde gesagt, oh, ihr ganzen Elfjährigen, also, wir können nur den, der ab 12 ist, gucken, sehen, also den zweiten Teil. Ein Splatterfest, so erinnere ich das. Und dann gab es sowas wie, naja, dann wollen wir jetzt aber auch den ersten noch sehen, so, und da wurde dann so total, uh, den durften wir dann dann nicht gucken, so. Das heißt, ich habe lange gedacht, was erwartet mich den ersten Teil, der zweite, schon nur ab 12 ist, und der ist ab 16, ja, den habe ich dann wahrscheinlich auch dann irgendwann im Fernsehen. Ich kann mir sogar, also, ich war jetzt sogar überrascht im Kino jetzt, dass es im ersten, also diese Sequenz in der Küche hatte ich dann so nicht erwartet. Ich dachte sogar, diese, dass das Bild, das platzende Kopf ist in der Mikrowelle, dass das aus dem zweiten Teil ist. Also, ich hätte da tatsächlich gemerkt, dass ich da dem ersten noch gar nicht so viel Intensität zugetraut habe. Äh, nee, nee, alles da, und eigentlich, also ich überlege, es gibt wirklich auch, ich glaube, es gibt schon, der zweite Teil ist, glaube ich, wahrscheinlich deswegen auch nicht so gut, weil er ein paar, paar dolle Doppelungen einbaut, weil mir ist gerade so, da gibt es doch auch so ein Äquivalent zu dem Kinosaal irgendwie, da sitzen die alle im Konferenzsaal oder was. Ich glaube, das ist irgendwie eine Szene, die es dann interessanterweise wohl für die Heimkino-Sachen noch geändert worden ist, irgendwie mit John Wayne. Einmal taucht John Wayne auf und das andere Mal ist es eben so. Jetzt hier im ersten Teil, ja? Nehmen zweiten. Achso, ah, ja. Ach, die sitzen sogar tatsächlich im Kino, ja? Ja, da halten sie auch irgendwie den Projektor an und das, dann denkst du, also so, dass du denkst, der Spielfilm ist gerade sozusagen kaputt, den du im Kino gesessen hättest, dann fängt das Ding auch noch Feuer und so und irgendwie. Also quasi, es gibt also Gags, die eigentlich nur im Kinosaal funktionieren, deswegen hat man die für die Heimversion verändert. Und ich glaube, mittlerweile auf den Blu-Rays oder so war es dann wieder so, dass sie wieder die Kino-Variante genommen haben und die TV-Saison sozusagen als extra dabei. Aber da bin ich auch nicht was ist da? Vielleicht ist das eben, ja, tatsächlich, Jodan, das sind eher so Szenen und Einzelsequenzen und da eben so das Ganze verspielte, weswegen man sich eher so an einzelne Szenen erinnert. Diese Zwillinge, wie gesagt, Christopher Lee spielen Ramblin, lalalala, als eben dieses durchgehende, ja, wie ist das eigentlich? Ich weiß, der hat da einen, also Billy ist irgendwie im Architekturbüro, arbeitet der und warum auch immer er den Morgway hat, weiß ich schon nicht mehr. Ach ja, irgendwie von dem Chinesen haben sie das, da bauen sie was Neues, wenn sie nicht sogar den Turm direkt da drauf gebaut haben, und den da eben verjagen und dann bricht halt da das Chaos in dem Ding aus und das hört auf, weil, ach ja, die haben glaube ich die Jalousien zugemacht und machen die wieder auf am Ende, ne? Also wir so brauchen noch schnell hier die Adler kommen und retten wir noch schnell alle, die noch am Schicksalsberg sind. Aber ja, und von Weitem sehen Jodantis Filme so aus wie einfach ein typisches Hollywood-Unterhaltungsprodukt, sodass man das auch gut vermarkten kann und dann hast du die Leute in den Saal voll und dann knallt es. Also was ist hier los? Ja, damit kann ich, also damit kann ich ganz gut Frieden schließen so und den Film auch in mein Herz einschließen, auch wenn ich da gemerkt habe, dass der jetzt sozusagen beim Wiedersehen sich so, mir so die Schwächen sichtbarer waren, als das, was so wertvoll daran ist, dass Jodanti so die Filme macht, wie er sie macht. und Martinet kenne ich tatsächlich nicht und wahrscheinlich macht der auch noch mal bewusst, aus welcher Ecke so Jodanti so kommt. Das merkt man ja wahrscheinlich, ich finde, man spürt das ja immer wieder so und wahrscheinlich frönt er dem so richtig in Martinet und haut uns die ganzen B-Movie-Zitate um die Ohren. Also The Howling habe ich auch noch nicht komplett gesehen, oder immer noch nicht komplett gesehen, muss ich auch endlich mal nachholen, aber da hatte ich, das war eben, hatte ich den auch in Dresden da gesehen, eben so quasi nach einer Viertel- oder halben Stunde glaube ich reingekommen, zu spät morgens und dann war eben auch so eine Szene, die spielt in einem Buchladen, da ist halt Dick Miller dabei, dann werden da Fangoria-Hefte gezückt und dann ist da eben, jetzt kaufe ich nicht auf seinen Namen, verdammte Axt, eben dieser erste Superfan, den es gab sozusagen, Forrest Ackerman, spielt da eben mit und dann habe ich eben hinterher glücklicherweise Jodanti gefragt, wie ist denn das? Also hast du dann gesagt, hier Forrest, magst du mal eine Rote Szene mitspielen oder ist der gerade am Set rumgelaufen an dem Tag? Also weiß ich das so, wenn man das nicht weiß, das versteht man ja jetzt auch nicht, so wie mit diesem Chuck Jones, dem Comic-Zeichen oder diesem Cartoon-Typen, der ihm da sagt, du kannst aber sehr gut zeichnen, hast du sehr gut getroffen, also ich kenne den nicht, ich weiß das auch nur von dem, was ich erzählt bekomme, dass das eben eine ziemlich große Nummer war und das wird natürlich bei vielen anderen Anspülungen auch so sein, so wie du eben sagst, mit der Schule, mit dem, warum läuft jetzt eigentlich genau dieser Film? Und die Antwort ist, ja, weil damit, das ist einfach so eine Kindheitsänderung von Joe Dante, als Schulkind hat er diese Filme gesehen und deswegen zeigt er die und nicht, weil das jetzt nochmal ganz konkret hier so verwoben wird und das dann eben solche Anspielungen irgendwann vielleicht verschüttet gehen und man dann immer sagt, naja, es gibt die Erzählung, das war so und so, aber so, dass man das eben nur durch diese Erzählung sich erschließt, so wie eben diese Szene mit Forrest J. Ackerman und dass das dann, ja, leider eben verschüttet und dass es aber schön ist, dass es eben Leute gibt, die eben auch sowas immer einbauen. Aber was hat Dante dir denn geantwortet? Das habe ich so nicht mehr genau. Achso, ja, okay. Ja, also das ist ja ein schöner Gedanke, dass der, also dass sozusagen sich einfach die eigenen Bilder, die sich vermischen, die Erinnerungen und die Filmbilder, das vermengt sich so und er gibt so eine Mischerinnerung und die wiederum übersetzt er in Momente in seinen Filmen. Also man könnte natürlich dann auch negativ einfach sagen, das macht er sozusagen zum Selbstzweck, ne? Ja, aber das ist kurz tatsächlich immer und auch Spielberg macht das alles für sich selber und er hat sozusagen einfach dabei einen anderen Stil. Und ich merke auch, also ich weiß ja dann auch immer sozusagen, wenn ich das dann vermisse, weiß ich, ich schätze halt einfach nur so sehr dann das andere und wenn ich, wenn ich, wenn ich gerade gut drauf bin als Zuschauer, kann ich mal vergessen, was ich jetzt gerne noch alles hätte und mehr wertschätzen, was ich gerade sehe. Okay, das war Gremlins, oder? Ja. Ja, ich wollte noch kurz, wollte ich eigentlich im Intro erwähnen, Carly konnte ja leider nicht dabei sein, glaube ich, bei Red Dawn noch angekündigt, das hatte arbeitstechnische Gründe, aber sie wird mit Sicherheit, wenn vielleicht auch nicht mehr dieses Jahr, mit Sicherheit im nächsten Jahr dabei aufschlagen und was wir zwar bei Facebook gemacht haben, aber im Podcast noch nicht nachgeholt haben, ist die tolle Fünf-Sterne-Bewertung noch zu erwähnen. Ich habe auch jetzt nicht nochmal nachgeguckt, wie der Kollege hieß, aber er hat uns sehr, sehr schön einen Kommentar hinterlassen. Ja, Politik und Liebe. Immerhin einer ist informiert, vorbereitet in dieser Sendung. Und genau, der hat auch nochmal bei Twitter bekräftigt, dass das wohl nicht von ungefähr kommt, die Euphorie. Das hat mich sehr gemocht, weil, wer das jetzt noch nicht gelesen hat, bei der Eintunungsbewertung, da steht so schön, also aus Skepsis wurde Liebe. Das heißt, da war man durchaus sich gar nicht so sicher, ob dieses Konzept jetzt so aufgeht mit den alten Schinken und offenbar haben wir es geschafft, das einfach, weil wir das so beständig tun, das vielleicht dann doch neugierig macht oder eine schöne Erinnerung ist. Und gerade so zum Thema Red Dawn und auch Carly, ich habe schon wieder mal lange nicht so viele Rückmeldungen auch so privat um die Ecke oder bei Twitter oder bei Facebook bekommen wie zu Red Dawn so. Es ist für mich immer wieder faszinierend, gerade weil es wohl auch sehr unterhaltsam war. Ich merke natürlich auch in unserem guten Trott und wenn da mal zwischendurch mit jemand anders dabei ist, ist das wunderschön und genau, Carly darfst du gerne immer wieder dazu einladen und die kann Filme mitnehmen. Ich bin mir ja nicht so sicher, ob ich noch allzu viele 80er Jahre Hollywood in der Dichte beieinander noch gut mitnehmen kann. Du hast ja bei Facebook schon irgendwie so einen kleinen Ausblick versprochen. Was ist denn so unser Jahresrestprogramm? Genau, also ich würde sagen, unser Jahresrestprogramm, weil da würde ich gerne auf der Welle surfen. Da platzte was auf. Ich will nicht gerade, was der Anlass war, dass es aufplatzte. Es ging um Top Gun und Tony Scott. Tony Scott, richtig. Und dann ging es los, als dann fiel, naja, also richtig stimmt. Erstmal muss man das nochmal kurz noch zupacken, das ist vielleicht gar kein schlechter Querverweis. Also, wenn wir über Tony Scott sprechen, das haben wir ja mit den Jungs von Aficionado gemacht, dann fiel dem dem Hörer Dennis. Dennis, ja, ich will nicht gerade, Dennis ist der andere, Dennis ist nice, ne? Dem Dennis fiel dann erstmal auf, naja, ihr habt ja noch nicht mal den besten Tony Scott Film benannt, nämlich den Director's Cut von Revenge, einen Kevin Costner Film, bei dem ich mir überhaupt nicht so sicher bin, ob ich den gut finden würde. Den habe ich bisher weit gemieden. Kennst du den schon? Nicht gesehen, ja. Und dann gibt es halt noch den Tony Scott Film, der heißt Two Womins und das ist tatsächlich aus meiner Jugend einer, also das ist zum Beispiel der Film, der einen viel größeren Stellenwert hat als Pulp Fiction, und das ist aber eigentlich für mich so diese Zeit, da war im Mitte 90er, plötzlich kam was aus Hollywood, wo man denkt, was geht denn hier ab so? Und das war aber interessanterweise True Womins, der hat viel mehr Grenzverletzungen drin, die mich als Jugendlichen interessiert haben und das war der erste Film, den ich raubkopiert habe, was? Das war das Drehbuch von Tarantino, oder irgendwie so? Ganz genau. Und das Interessante ist ja, dass Tarantino ein Drehbuch geschrieben hat, in dem es sozusagen, also es gab erstmal ein Drehbuch, das dann sich nicht verkaufen ließ, weil es ein Opus Magnum war und er trennte es dann und daraus entstanden True Womins und Nature Born Killers. Das war mal eine Geschichte und das finde ich eigentlich so schön, dass True Womins vor diesem Lackaffen, mit Lack meine ich damit die Werbeclip-Ästhetik, Tony Scott gemacht wird und ihm tatsächlich aus meiner Sicht den einzigen neben der Hanger bemerkenswerten Film auf lange Sicht ermöglicht hat und das interessante Mischung ergibt, dass das Schmutzige und Rohe trifft auf die Werbeästhetik von Tony Scott bei True Womins und dann trifft diese, 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 weiß ich nicht, diese vielleicht, ich weiß auch nicht, ob man das Tarantino schuschreiben soll, aber bei Nature Born Killers könnte man ja meinen, dass dieses Paar auch glorifiziert wird, dieses mordende Pärchen so, dass man so die Gesellschaft so von unten aufkrempelt, aber dass Tarantino das nur hassen konnte, was Oliver Stone aus seinem Drehbuch gemacht hat, ist mir völlig klar und dass dieser Film auch bis heute noch so sehr polarisiert, dass manch einer sofort sagt, oh, geh mir weg mit Nature Born Killers und dann ahnte ich, du wirst True Womins nicht kennen, so ist es. Habe ich noch nicht gesehen, genau. Und du kennst Nature Born Killers. Nature Born Killers habe ich mal gesehen. Ja. Ich überlege, auf was ich, den habe ich, ich glaube, der ist in Deutschland, ist der nicht auch mal, also ich behaupte, der ist mindestens noch indiziert. Ja, das kann durchaus sein. Und eventuell sogar möglicherweise mal bestraft. Es gibt auf jeden Fall einen Fassungswahnsinn, weil hier die Billigfirmen sich da irgendwie durchgeschlagen haben und mit unfassbaren Pornosynchros das Ding wirklich in die Wand gefahren haben. Also ich behaupte, ich habe vielleicht sogar ein US-Blu-Ray. Ja, ja. Also den habe ich einmal irgendwie gesehen, ja. Ja. Also das waren auf jeden Fall zwei Filme, die haben sofort, also Two Womins triggerte sofort Nature Born Killers und also mindestens einen von beiden werden wir nächste Woche haben und mal gucken, wie uns das dann so mundet. Ich glaube, wir sollten einfach mal Two Womins nehmen, weil mich hat natürlich motiviert, wenn die Leute so abgehen auf Top Gun und Red Dawn. Ich weiß, dass abgegangen wird auf Two Womins. Ich freue mich, dass der noch nicht 10.000 Mal besprochen worden ist. Populäres 80er, 90er US-Kino. Wer jetzt zwischendurch von unserem Gelaber schon ein bisschen Lust bekommen hat, das Bahnhofskino hat ihn tatsächlich in seinen Anfangszeiten schon mit drin gehabt. Da habe ich auch schon mal reingehört, das kann man ganz gut hören. Anfangszeit ist noch ein gutes Stichwort, denn ich habe neulich mal bei unseren ersten zwei Folgen, anderthalb Folgen reingehört und mich dann natürlich auch in der Nullnummer nochmal an deine großen Worte, ja, deutsche Filme werden wir hier vor allem sprechen und so. Ich habe, ja, wie gesagt, ich habe jetzt zum Nikolaus habe ich tatsächlich die Sissy-Trilogie bekommen. Der wird uns also wahrscheinlich irgendwie bevorstehen. Oh, Max, also ich weiß auch nicht, könnten die Hörer dieses Podcasts das irgendwie mit mir gemeinsam verhindern? Ich alleine schaffe, nee, da fragte ich das gar nicht, sprecht er gerade ins Internet rein und ich wünsche mir ein bisschen Unterstützung, weil ich kann das Max nicht abschlagen, wenn er mich das fragt, aber wenn ihr jetzt anfangen würdet, so Nachrichten zu schreiben mit wie, wir haben schon deabonniert, also es gibt schon eine Menge, jetzt kommt jetzt natürlich auf jeden Fall dadurch die Gegenbewegung alle, ja, da guckt mal, es ist so was passiert. Kannst du dann nicht noch, also dann möchte ich, kannst du dann Kali mitbringen, können wir das irgendwie noch ein bisschen schöner machen? Wollte nicht, ich habe den immer noch nicht gesehen, ich will den einfach nur mal so aus diesem, ist da wirklich was dran oder ist das wirklich einfach nur Kitschporn, blablabla. und dann habe ich aber noch bei der DEFA Stiftung Facebook Webseite gab es nämlich ein Gewinnspiel, dort wurde eine DVD eines 70 Millimeter Films verlost, Christian, und diesen 70 Millimeter Film und das ist von der DEFA und das ist jetzt nicht Goya? Ne, ne, es ist, ich behaupte den, von dem hast du noch nie gehört. Achso. Den werde ich den auch wahrscheinlich mal bringen, müssen wir mal gucken, ob und wie sie das machen, der geht nämlich nur 33 Minuten, heißt DEFA 70 und war ein Experimentalfilm. Ich weiß, ja. Okay, dann hast du ihn doch schon mal von ihm gehört. Ja, ich habe davon, also, du hast übrigens gehört. Ja, ich habe sogar schon mal ein Bild gesehen davon. Ja, und der ist gerade heute per Post bei mir eingetrudelt, der Gewinn. Ne, ich habe tatsächlich, als wir mal über, ich weiß nicht, ob wir das hier im Podcast gemacht haben oder privat nur, wir sind mal auf einen Science-Fiction-Film von Schoche gekommen, der 70er. Ja, ich weiß, es gibt Eolo mehr, aber ich weiß nicht, ob der jetzt von Schoche ist und es gibt Staub der Sterne und Ich weiß das ja, das kann dir da ja helfen. Ich weiß jetzt den Titel nicht genau. Ja, das ist aber Illuminär und das war halt auch ein 70-Millimeter-Film und daraufhin habe ich mal geguckt, ach was, wie DEFA 70-Millimeter-Film? Das ist ja überschaubar, genau, und da taucht dann auch dieser Experimentelle mit auf, ja. Ja, du, also, also, wir haben genug, darauf dacht, also, du kannst mich immer wieder gerne an die Deutschen erinnern, ob du das jetzt benutzen musst, ob du mir mit meiner Null, mit unserer Nullnummer kommen, musst, um mir Sissy noch mal unterzuschieben. Nö, da musst du dir gar nicht mit einer Nullnummer kommen, du kannst einfach nur, äh, doch, doch, du musst schon mit einigen kommen, im Grunde genommen. Es ist doch Weihnachten. Äh, okay. Naja. Ich, ich lasse das mal auf mich wirken. Naja, ihr werdet es ja dann hören, demnächst, was hier so aus dem Eter tropft. Ich werde, vielleicht machen wir eine Doppelfolge, True Romance und Sissy. Also, wir schauen mal. True Sissy. Ja, ja. Sissy Romance. Und danach brauche ich den Nature Monk. Das machen wir dann aber auch so um die Uhrzeit. Also, jetzt ist es wahrscheinlich, geht es jetzt so langsam auf um zwei zu, glaube ich, oder eins um zwei. Ja, ich meine, bis hierhin hört deine Chefin ja nicht zu. Ich finde, du musst mal organisieren, dass wir hier im Kino auch gleich die Filme gucken. Da müssen wir wahrscheinlich tatsächlich auf die Projekte verzichten und eher so einen Beamer noch irgendwie aufstellen. Aber das wäre das vielleicht auch. Ich habe keinen Beamer, der diese große Leinwand hell macht. Naja, es ist spät, wollte ich damit nochmal sagen und wir klinken uns jetzt hier auch dann mal aus, würde ich sagen. Das war Gremlins Kleine Monster. Herrlicher deutscher Untertitel. Ganz toll. Müssen wir auch nochmal verkaufen. Guckt Filme, habt Spaß dabei. Besorgt rechtzeitig alle Geschenke. Geht ins Kino. Und auf Wiederhören. Gętschirm. GОDAN GüNG Он